Musik Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind auf dem Weg nach Samana und begrüßen Sie heute exklusiv vom roten Teppich der AIDA Luna. Im Rahmen der AIDA Tanzreise haben wir unsere Gäste zu der großen Galanacht eingeladen. Sie haben sich in Schale geschmissen und freuen sich mit Motsi Mabuse und Christian Polans auf eine unvergessliche Nacht. Ja, also wir freuen uns schon sehr auf die Gala. Die ganze Reise wartet man schon drauf, wann darf man sich endlich in Schale werfen. Es ist immer toll, es ist immer oben auf dem Deck und es ist Open Air sozusagen. Ein bisschen für uns Tänzer ungewöhnlich, aber das hat seine eigene AIDA Flair. Ja, heute Abend haben wir schon den Disco Fox getanzt, den Cha-Cha und den Jive. Und unser persönliches Highlight ist halt der Christian und die Motsi Mabuse und der Evgeny. Wir freuen uns auch sehr darauf, endlich mal eine kleine Show auch zu zeigen. Wir haben beide schöne Tänze vorbereitet und wir tanzen Salsa mit der Alexandra. Und wir tanzen Samba. Was gibt's zu essen? Mein Name ist Kirsten Freil. Meine kulinarische Empfehlung heute ist eine Variation vom Granatapfel mit Panna Cotta, Schoko Crumble, Apfelgel, Mango Gel und Granatapfel Sorbet. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020